Wiegen und regelmäßig abnehmen, äh, Updates, ne, das kannst du nicht vergessen. Ja, merte lieben Hader, einen schönen Samstagabend wünsche ich. Es wird wieder Zeit für ein kleines Update. Ähm, heute bin ich nicht live unterwegs. Die Bilder, die ihr hier seht, ähm, haben ein bisschen was mit ein, zwei Kommentaren zu tun, die ich bekommen hab beim letzten Mal. Äh, Fahrradfahren in der Türkei, gefährlich, gefährlich. Das stimmt an den meisten Stellen. Allerdings habe ich ja schon erzählt, dass hier ein europäischer Radwanderweg durchführt. Und in der Stadt, ähm, gibt es einen wunderbaren Radweg, der einmal am Meer langführt. Der ist auch raus aus der Stadt noch ein bisschen ausgebaut. Davon zeige ich einfach mal, äh, ja, so eine kleine Tour durch die Stadt. Ähm, ja, damit wir auch was zu bebildern haben, denn es ist mittlerweile schon dunkel. Ja, ähm, ich will natürlich auch wieder ein Update geben. Das sei hiermit getan. Und man sieht, 91,1 zeigt die Waage heute, heute früh an. Das heißt, ja, ähm, schon wieder ein Kilo weg. Nach neun Wochen über elf Kilo, das ist doch ganz vernünftig, oder um die elf Kilo, irgendwie sowas. Das, äh, erfreut mich doch sehr. Ich denke mal, nächste Woche wird das Update ausfallen, weil ich zu viel um die Ohren habe. Aber in zwei Wochen sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Medal of.